Hey! 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 Das war ehrlich gesagt unsere Küche. Sie sahen es im Mikro-Magazin und leiteten uns das weiter. Dann haben wir gedacht, wir probieren es mal. Ohne grosse Erwartungen. Wir waren sehr überrascht und sehr happy, dass wir sie gewonnen haben. Das ist natürlich sehr hilfreich. Wir versuchen immer, unser Lager günstig zu machen für die Kinder. Dass alle Kinder mitkommen können. Auch Kinder, die vielleicht nicht so viel Geld haben. Und das ist natürlich ein Weg, der es uns leichter macht, um das den Kindern ermöglichen zu können. Ich danke vielmals, dass ihr das uns ermöglicht. Dass ihr ein cooles Angebot habt und die Jugendarbeit so fest fördert. Das freut uns mega fest. Und dafür sind wir mega dankbar. Das ist eine gute Idee für die Führung. Das ist eine gute Idee für die Führung. Die Führung ist in der Zeit.